Es wird immer schwerer, Gut und Böse, Schurken und Helden zu unterscheiden. Früher saß der Feind noch mit uns in einem Raum. Heute schweben sie nur noch durch den Äther. Anfänger. Die Ändelflätscher! Oh, ich weiß, Sie wollen es auf die Harte tun. Dann bitte. Guten Appetit. Schassig. Nein, nein! Oh, was? Ah, und? Zerstören Sie schon wieder das Eigentum der englischen Krone? Cue Sie, Lötkolben-Loser. Das Abwehrsystem funktioniert nicht. Das ist ein kinderleichtes Verfahren. Servus, morgen fragen Sie, Herr Meisweg. Wiederholen Sie, wiederholen Sie! Es ist eine zu sauerweise. Anfänger. Allein helfen. Das ist total. Ich kann Sie nicht verstehen, scheiß Netz. Scheiß Wunder von. Jetzt kann mir nur noch eine heißen. Hallo, der ADAC hier. Was haben wir denn für ein Problem? Mein Fahrzeug verliert kein Öl und es raucht nicht mehr. Nö, wo ist denn dann das Problem? Was ist da los? Ich werde verfuckt und geschossen. Kling, Kling. Hallo? Sind Sie noch da? Ich bin sofort wieder bei euch. Einen Moment. Ja, was ist denn nun? Mein Verteidigungssystem ist defekt. Alles klar. Was haben wir denn für ein Fahrzeug? Keine Ahnung. Prototyp. Englischer Geheimdienst. Alles klar. Ich trage meinen Mini Cooper ein. Standort? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin in geheimer Mission unterwegs. Nö, ist klar. Brauchen Sie auch nicht. Ich sehe, Sie stehen auf der Autobahn. 13 Kilometer 145,3 Höhe Cottbus Richtung Berlin. Ihr Kennzeichen? Moment. Ihr Kennzeichen, bitte. Das kann doch nicht so schwer sein. Chef. Hallo? Bald vorherabend. Ja. Kennen Sie Ihr eigenes Kennzeichen nicht, oder was? Ja, das funktioniert gerade nicht. Kein Problem. Wie ist denn der Name, bitte? Bond. James Bond. Alles klar. Und ich bin Obi-Wan Kenobi und reite aufs Besen ins Auenland. Hören Sie, Frau Kenobi, ich brauche jetzt wirklich Hilfe. Sind Sie ADAC-Club-Mitglied? Nein. Hallo? Läuft. Zwei Minuten, Stunden. Tage. Keine Zeit zu stehen. Jetzt im Kino. Jetzt im Kino. Jetzt im Kino.